Willkommen bei Leutze Elektronik. Mein Name ist Jörg Packaiser. Als Product Marketing Manager bin ich verantwortlich für die Neueinführung von Produkten aus dem Bereich Arbeitssicherheit. Ich befinde mich heute im Markenerlebnisraum bei Leutze Stammhaus in Auen und möchte Ihnen heute unseren neuen Sicherheitslaserscanner RSL 400 vorstellen. Sicherheitslaserscanner werden in unterschiedlichen Anwendungsbereichen eingesetzt und bei der Entwicklung dieses Gerätes haben wir besonders darauf geachtet, unterschiedlichste Anwendungsbereiche optimal bedienen zu können. Einen Schwerpunkt haben wir gelegt auf die Absicherung von großen Arbeitsbereichen, wie sie zum Beispiel im Frontbereich von Maschinen oder in Roboterarbeitsbereichen verwendet werden. Andere Anwendungen sind die Absicherung von mobilen Fahrzeugen. Das können zum Beispiel Verschiebwagen sein oder mobile Transporteinrichtungen, fahrerlose Transportsysteme oder auch die Zugangsabsicherungen, wo die Laserscanner vertikal installiert werden. Aus diesem Anwendungsbereich haben sich für uns einige Herausforderungen gestellt und mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich Sicherheitslaserscanner haben wir dem RSL Features mitgegeben, die heute einzigartig im Markt sind. So ist der RSL zum Beispiel mit einer Reichweite von 8,25 Meter bei einer gleichzeitigen Scanbereich bis zu 270 Grad hier ein Spitzengerät im Markt und eignet sich dadurch vor allem für die Absicherung sehr großer Bereiche oder für sehr große Distanzen in dem Bereich vor den Verfahrenräten zum Beispiel. Ein weiteres Highlight des Gerätes ist die Möglichkeit, zwei unabhängige Schutzfunktionen im Gerät gleichzeitig zu betreiben. Dies hat den Vorteil für unsere Kunden, dass in vielen Anwendungsbereichen, wo früher zwei Laserscanner notwendig waren, mit dem RSL 400 jetzt nur noch ein Laserscanner notwendig ist. Eine weitere Herausforderung in der Praxis ist, Laserscanner möglichst robust gegenüber den Umgebungsbedingungen zu designen. Das bedeutet robust gegenüber Staub, robust gegenüber Partikeln, die sich in der Umgebung befinden können. Daher haben wir diesem Gerät eine Winkelauflösung von 0,1 Grad mitgegeben. Auch das ist ein Spitzenwert im Markt, der dazu führt, dass wir Bereiche sehr, sehr fein auflösen können und so das Gerät besonders robust für die Umgebungsbedingungen ausgestattet haben. Auch wichtig und von unseren Kunden häufig nachgefragt ist das Thema, wie kann ich das Gerät einfach installieren, wie kann ich es einfach konfigurieren. So besitzt der RSL 400 eine intelligente Anschlusseinheit. Das bedeutet, dass die gesamten Einstellungen, Konfigurationen des Gerätes in der Basiseinheit hier abgelegt werden, so dass ich den Scanner Kopf sehr einfach im Feld tauschen kann. Das bedeutet einmal Effizienz bei der Installation und auch Effizienz im möglichen Servicefall. Für die einfache Inbetriebnahme verfügt der RSL über ein eingebautes Display. Dieses nutzen wir zum Beispiel, um Statusinformationen bereitzustellen und bei der erst in Betriebnahme auch um die eingebaute elektronische Wasserwaage zu aktivieren. Das bedeutet, wenn ich das Gerät zum ersten Mal anschließe, erscheint automatisch für die einfache Ausrichtung die Wasserwaage im Display. Ein weiteres Komfortmerkmal für die Inbetriebnahme ist die eingebaute Möglichkeit, entweder über TCP-IP, Ethernet-Schnittstelle, oder das eingebaute Bluetooth-Inferface mit dem Gerät hier dem PC zu verbinden. Das bedeutet, ich bin sehr flexibel bei der Inbetriebnahme, bei der Installation, aber auch anschließend im Servicefall, habe eine sehr starke Interaktion und kann auch die ganzen Scans der Umgebungsbedingungen sehr einfach und live mit dem Gerät verfolgen. So erfolgt die Konfiguration des Gerätes in fünf vordefinierten Schritten, die den Kunden durch die wichtigsten Sicherheitseinstellungen des Gerätes führt. Der RSL 400 begeistert nicht nur unsere Kunden, er wurde auch bereits zweimal mit einem Preis ausgezeichnet. Beim größten Laserpreis der Automatisierungswelt, dem GIT Award, wählten Laser den RSL im Bereich sichere Automatisierung zum Sieger. Auch beim diesjährigen Industriepreis für besonders fortschrittliche Produkte konnte der Sicherheitslaserscanner die Fascherie überzeugen.